Seinem Blick darf nichts entgehen. Reinhard Reiß ist sich seiner Verantwortung bewusst. Der Sicherheitschef im Schottenhammelzelt hat sich am Haupteingang postiert, kontrolliert Handtaschen und Rucksäcke. Denn die Sicherheitslage auf der Münchner Theresienwiese hat sich verschärft. Und das kann man hier spüren. Wir machen momentan jetzt wirklich Kontrollen. Der erinnert auch Taschenkontrolle, Rucksackkontrollen. Was natürlich für uns optimal ist momentan, natürlich ist ja Polizei vor Ort, die haben einen äußeren Ring gebildet und kontrollieren vor Ort schon, also das alte Vorhut. Und wir kontrollieren wirklich im Zelt noch mal alles, was reingeht. Seit gestern Morgen ist das größte Volksfest der Welt, Hochsicherheitszone. Die Polizei hat rund um das Oktoberfest einen Sperrgürtel errichtet. Die Beamten durchsuchen mit Spürhunden Autos nach Sprengstoff. Nach den jüngsten islamistischen Drohvideos steigt die Sorge der Behörden vor Anschlägen. Wir müssen ernst nehmen, was hier an Videobotschaften von den Islamisten ins Internet gestellt wurde. Nicht in Panik verfallen, aber wir können nicht einfach das Ganze beiseite schieben oder die Achseln zucken, sondern bestmöglich und sicherheitsmäßig darauf vorbereiten. Leergefegt, die Straßen rund um das Oktoberfest. Dieses ungewohnte Bild verunsichert die Anwohner. Ein bisschen mulmliges Gefühl ist schon immer dabei, aber ich finde das ganz gut hier, die Sicherheitsmaßnahmen. Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht. 100%ig vermeiden kann man es nicht, weil man kann nicht jeden Passanten, der auf die Wiesen geht, kontrollieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn jemand einen Anschlag machen will, dann passiert es. Panikmache soll es auf der Wiesn nicht geben. Der Münchner Oberbürgermeister appelliert, jetzt heißt es Ruhe bewahren. Heute früh hat mich sogar unsere jüngste Tochter angerufen, ob sie denn ihr Kind mit der Klasse auf die Wiesen gehen lassen soll, nach allem, was in der Zeitung schon zu lesen war. Und ich habe das bejaht. Festung Wiesen. Der Feierlaune scheinen solche Schlagzeilen wohl nicht zu schaden. 100 Schaften der Polizei sichern die Eingänge zum Oktoberfest und die Bierzelte sind voll. Die Münchner zeigen gute Nerven und feiern weiter. Wir sind Münchner. Warum sollen wir uns abritten lassen? Irgendwie habe ich schon ein mulmliges Gefühl gehabt, aber ich habe es noch ein bisschen weggesteckt. Nach zwei Mal das Bier geht es mir wieder besser. Und es gibt auch Gewinner in der Sperrzone. Wo Autos nicht mehr durchkommen, freuen sich jetzt Fahrer-Taxis über gutes Geschäft. Ich würde nicht gerne sagen, es ist toll, aber es ist entspannter. Wir kommen überall durch, keiner hupt uns an, keiner beschimpft uns. Es ist gemütlich. Sagen wir es mal so, ob es besser wird, wird es sich die nächsten Tagestunden zeigen. Für die Security in den Zelten geht derweil der ganz normale Wiesenwahnsinn weiter. Mit fortgeschrittener Stunde steigt der Alkoholpegel und an Terrorangst mag jetzt keiner mehr denken. Die Stimmung im Zelt erreicht ihren Höhepunkt. Für die einen ist das Spaß pur, für die anderen harte Arbeit. Reinhard Reiß wird erst am Sonntagabend durchatmen, wenn im Zelt die letzte Maske leert ist. Die Terrordrohung zeigt ihre Wirkung auf dem Oktoberfest. Doch ihren Spaß lassen sich die Wiesenbesucher nicht verderben.